Fasten Fasten wird ja gerne auch als die Operation ohne Messer bezeichnet. Fasten entwickelt die volle Wirkung, wenn es begleitet wird von körperlichen und meditativen Übungen. Dann gilt Fasten als königlicher Weg, um Körper, Geist und Seele zu erfrischen. Wer das in anregender Atmosphäre mit aufgeschlossenen Gleichgesinnten erleben möchte, hat vom 22. bis 30. März in der naturbelassenen Kulisse des Nationalparks Nockberge die nächste Gelegenheit dazu. Informiere Dich und melde Dich rasch an. Fasten ist auch für Dich der königliche Weg, um Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele neu zu erfrischen. Fasten ist auch für Dich. Fasten ist auch für Dich. Even bei Dich. Defi-Dich. Schrozen Sie.